Und damit willkommen zurück zu Commander Conker 3 Tiberium Secret im Live-Let's-Play auf zum italienischen Hügelland. Sichern Sie den Code. Ich verlasse mich auf Sie, Commander. Enttäuschen Sie mich nicht. Mann, ich sehe immer noch Kirlins Gesicht. Ihre Augen. Und diesen leeren Blick. Entschuldigung. Ach, was soll's. Es muss weitergehen. Aber ich bin ehrlich zu Ihnen, Commander. Wir haben immer noch keine Informationen über diese Invasoren oder Besucher oder wie immer Sie sie nennen wollen. Nur eins weiß ich. Ihre Verstärkung werden Sie aus einem der Relaisknoten bekommen. Die Eroberung ist aber ein Himmelfahrtskommando. Sehen Sie. Der nächste Relaisknoten ist hier in Norditalien. Er wird gut bewahrt. Sie müssten schon ein Geist sein, um da unbehelligt durchzukommen. Das Beste wäre wohl ein zweistufiger Angriff auf diese Alien-Stellungen. Aber ich bin ehrlich. Es wird verdammt schwer. Schwer. Kommen wir mit allen Mitteln in einen der Türme, die die Besucher errichten. Sobald sie fertig sind, dienen diese riesigen Gebäude, Gebilde als interstellare Sprungbretter, die der Bruderschaft den Weg zu den Sternen ebnen. Der Schlüssel für unsere Zukunft ist ein Code, der in den Kristallgitter, das entfernt an die Tazilus erinnert, eingebettet ist. Sie haben befehlt, in Italien einen Relaisknoten der Aliens zu stürmen, um einen Schlüssel sicherzustellen. Laut unseren Sensoren befindet sich im Zielgebiet ein verlassenes Produktionsgebäude. Da wir ihnen kein schweres Gerät zur Verfügung stellen können, sollten sie die Anlage als Stürzpunkt nutzen, um eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Schleusen sie dann einen Saboteur in das Nervenzentrum der Aliens ein. Er kümmert sich um alles weitere. Rechnen sie mit heftigen Widerstand. Ich hoffe, Cain weiß, was er tut. Mir gefällt es hier ganz und gar nicht. Du hast Cain verraten! Habe ich gar nicht. Wir brauchen den Code. An die Arbeit. Schicken sie einen Saboteur in die Relaisstation, um den Code-Schlüssel zu sichern. Ii. Gebäude besetzt. Achso, ein Anrat von Code. Neues Bonus-Ziel. Yay, Tunnel-Eingang. Neues Bonus-Ziel. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay. Neues Bonus-Ziel. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ah, das sind ganz normale. Okay. Nicht die anderen Arten. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Bauoption. Erstmal mehr, ein bisschen tecken. Initialisiert. Fahrwärts. Hi. Neue Bauoptionen. Piu. Bau abgeschossen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Neue Bauoptionen. Auswählen. Bau. Mehr Strom. Ja, je mehr Einheiten ich habe, desto mehr Strom habe ich auch. Was beschönert das? Geheimdienstdaten aktualisieren. Jetzt wird geerntet. Schürmt die Tanks ab. Räumen wir auf. Einheit wird angegriffen. Greif an. Ich verstehe. Bau abgeschlossen. Geerntet. Jetzt. Und nicht später. Neue Bauoptionen. Bau. Reinigende Flammen. Lass die so aktiv ausbilden. Na ja. Bau abgeschlossen. Aktiv. Anführungszeichen. Die Macht des Feuer. Nein, 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 nein. Bau abgeschlossen. Vorwärts. Betriebsbereit. Lassen Sie sich Zeit. Wir sind bereit. Ich brauche... Neue Bauoptionen. Ausbildung. Meine Saboteure. Die GDI zieht Verstärkung heran, Commander. Eins auf. Eins auf. Wann brechen wir auf? Wer ist der nächste? Ach in den Kampf. Die Bruderschaft vertraut. Das wird ein Spaß. Okay. Ich erledige das. Ist der der nächste? Ja, schaffst du das. Tatsächlich. Ich verstehe. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Äh. Muss irgendwas bauen. Das da. Baut. Ich brauche eine MBF. Ich kann helfen. Avatar. Räume wegfrei. Ich höre. Das kann nicht erobert werden. Wie müsste noch genau... Vertrauen Sie mir. Ich höre. Was gibt es? Ich kann helfen. Das könnte nützlich sein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. So viel Energie. Göttlich. Achso. Werden sie. Wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Ausbildung. Wir sind die Zukunft. Neue Bauoption. Baut. So. Äh. Puh. Baut. Jetzt wird geerntet. Tiberium ist die Lösung. Komm mal her, Avatar. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft vertraut mir. Äh. Tiberiuminfusion. Die Bruderschaft vertraut mir. Was soll ich machen? Schade. Kann man nicht reinschicken. Die Bruderschaft vertraut mir. Bau abgeschlossen. Avatar bereit. Ungeeigneter Bauplatz. Guck, ob es vielleicht geht, dass man... Ob das hier so ist. Waffen initialisiert. Dass man die heilen kann. Aber nicht. Initialisiert. Ertet so viel ihr könnt. Ich warte. Ist leider genauso... ...unschön. Upgrade abgeschlossen. Ausbildung. Geheimdienstdaten aktualisiert. Avatar bereit. Wir haben die Raketen. Ziel wählen. Wir haben die Raketen. Die Raketen. Nicht eine Rakete, die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Ich krieg' kein Geld. Die Upgrade erstmal alles mögliche. Und da. Betriebsbereit. Ja. Wir haben die Raketen. Also? Warte mal. Ausbildung. Wir will mal einen Botschafter bauen. Wir haben die Raketen. Baut. Baut. Wir haben die Raketen. Upgrade abgeschlossen. Machen wir uns an die Arbeit? Mhm. Ich warte. Ziel erfasst. Initialisiert. Ich schaff' das schon. Waffen initialisiert. Avatar. Eine Mission. Ein Ziel. Bau abgeschlossen. Nord braucht mehr Land. Wir sind hier auserwärten. Sie steht sonst im Weg. Nieder mit ihm. Schwarzerland Einflussbereit. Alle Systeme bereit. Erledigt. So. Nord braucht mehr Land. Okay. Einheit entfernt. Dann kommen wir hier mit rüber. Unser Schicksal liegt vor uns. Äh. Laut. Sucher. Tatsächlich. Ah. Betriebsbereit. Angriff. Einheit wird angegriffen. Avatar bereit. Upgrade abgeschlossen. Zerstören. Die Zeit wird knapp. Sie scheinen ihre Angriffe hier zu koordinieren. Wer. Wo. Wir nehmen uns, was wir wollen. Nord lässt dich nicht einengen. Sogar beides werde ich gewonnen. Bau. Burn, babe. Äh. Hi. Ok, mit den habe ich jetzt nicht gerechnet. Geh mal da rein, ich will mal wissen, was passiert auf lange Zeit. Danke. Die vollen, die erobern, alles klar. Das weiß ich zu verändern. Schwerze Hand, einsatzbereit. Einheit verlobt. Schwerze Hand, einsatzbereit. Einheit gefördert. Eine Mission, schwarze Hand, einsatzbereit. Schwerze Hand, einsatzbereit. Schwerze Hand, einsatzbereit. Schwerze Hand, einsatzbereit. Da kommt man da hoch Da habt ihr schon einiges da geschafft Ach Ivo, wie kommst du da drauf? So, für ein bisschen was Mehr als ich gewöhnt bin Ah, wo seid ihr? Was brauchen Sie? Ich kann trotzdem nicht einfach so sagen Ey, yo, mach mal Angriffsmuff dahin und dann Bleib aggressiv So Weil sie dann ja auch die Gebäude zerstören Und das will ich ja nicht Schwarze Hand einsatzbereit Avatar bereit Vertrauens Alle Systeme bereit Arbeiten wir zusammen Schwarze Hand einsatzbereit Einheit wird angegriffen Schwarze Hand einsatzbereit Einheit verlobt Ich schaffe das aber schon so Sag ich auch Die scheinen wirklich die besten Sachen zu haben aus Kanzler Die, äh, die Scrin Also die beste Möglichkeit aus, ähm, Traveller, normalen Scrin Und Und Ich bin Reaper Das mir sehr gefällt Schwarze Hand einsatzbereit Einheit befördert Bau Dabei hatte ich auch so schön aufgebaut Bau unterbrochen Abgebrochen Unser Stützpunkt wird angegriffen Einheit wird angegriffen Einheit verloben Bau abgeschlossen Ausbildung Aber da Erledigt Schwarze Hand einsatzbereit Die ist da drinnen Ja, ich bin hier Ah Einheit befördert Schwarze Hand einsatzbereit Betriebswörter Schwarze Hand einsatzbereit Volle Energie Nord braucht mehr Lampen Schwarze Hand polarisiert Unzureichende Mittel Schwarze Hand einsatzbereit Avatar bereit Ja Schwarze Hand einsatzbereit Angriff Schwarze Hand einsatzbereit Pulverisieren Schwarze Hand einsatzbereit Steuerung Asitieren Irgendwann hatten sie einige Reaper-Triper-Ziele War auf jeden Fall Ja, mal was anderes Dass wir überhaupt Überhaupt Richtige Einheit hatten Aber trotzdem Das ist keine schwere Mission Nur Die Kostü Äh Also eigene Eigene Mission Miss Eigene Mission Von Firestorm Das war Huuuuh Ne Hab ich nicht gemacht Nein Überhaupt nicht Ich hab das Bonus hier doch gemacht Aber gut Das war's mit der Folge Vielen Dank für's Zusehen Falls euch der Part gefallen hat Das noch ein Like da Und wir hören uns bei Operation Stiletto In der nächsten Folge wieder Bis dahin Chirio 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 Untertitelung des ZDF, 2020